Ich freue mich, dass Dr. Hans Riener jetzt einen Vortrag geben wird über Nicht im Mainstream verschwinden, das Konzept von Ayurveda als gemeinschaftliche Medizin. Dr. Hans Riener, einer der großen Pioniere des Ayurveda in Deutschland, Autor einiger großer Ayurveda-Werke und nicht Vereinfachung, sondern Ayurveda in die Tiefe, hat schon vor vielen Jahren sein Ayurveda-Wissen sehr freizügig geteilt. Auch das Buch, das bei uns in unseren Ayurveda-Gesundheitsberater-Ausbildungen so das Standardwerk ist für die Ausbildung, wo wir uns dann auch daran orientieren. Ayurveda-Praxis hat er in der Schweiz, ab und zu mal auch in Österreich weiterhin, hat er eine eigene Ayurveda-Produktlinie aufgebaut und vieles auch entwickelt, geforscht, studiert und dabei Ayurveda immer auch in seinen spirituellen Wurzeln gehalten. Und so freue ich mich, ihn immer wieder zu hören. Er kommt ja, ich glaube, seit Beginn unserer Kongresse kommt er hierher und jedes Mal erfahre ich wieder etwas Neues und neue Denkansätze oder alte Denkansätze tiefer aufbereitet. Dankeschön. Ja, hört man mich? Danke. Ja, das Thema heute Abend aus aktuellem Anlass. Der liebe Schukadev hat beim Einführungsvortrag sehr viele Fragen aufgeworfen, was die Aufnahme von Ayurveda hier in Europa alles eben auch wieder für Probleme mit sich bringt oder Probleme für Aufgaben mit sich bringt und wie können wir das erfolgreich machen. Wir haben ja das Beispiel in der Schweiz. Wir haben nach 15 Jahren Arbeit ein eidgenössisches Diplom in Ayurveda-Medizin geschaffen. Wir haben ein zweites eidgenössisches Diplom geschaffen für Ayurveda-Therapeuten. Das heißt, die Ayurveda-Ausbildung ist staatlich anerkannt und integriert. Das ist eine lange Aufgabe. Wir haben über 15 Jahre gebraucht, bis wir das durch hatten. Wir mussten uns zusammenraufen, weil die Gesundheitsautoritäten haben natürlich gesagt, wir können nicht für jedes System ein einzelnes Verfahren schaffen. Und deshalb haben wir uns zusammengerauft, im wahren Sinne des Wortes, mit den Vertretern von TCM, der traditionellen chinesischen Medizin, mit den Vertretern der Homöopathie, mit den Vertreterinnen und Vertretern auch der TEN, der traditionellen europäischen Naturheilkunde. Und wir haben eben einen Mediziner, also einen Alternativmediziner für Ayurveda geschaffen, wo man einen Grundstock hat an Ausbildung, die für alle vier Systeme gleich ist und darauf aufbauend eine Spezialisierung in diesen vier Fachrichtungen. Und das wurde dann auch so aufgenommen. Es wurde sehr viel Arbeit reingesteckt. Wir mussten jede einzelne Unterrichtsstunde aufzeichnen. Wir mussten den Lehrplan aufzeichnen. Wir mussten auch Modelle finden, wie wir die Qualität garantieren können, weil das Ganze ist auf der Ebene einer Fachhochschule angesiedelt. Was sind die Voraussetzungen für Kandidatinnen und Kandidaten, die so eine Ausbildung machen wollen? Und jetzt sind wir noch an einer sehr schwierigen Aufgabe, nämlich die genauen Prüfungsabläufe. Und auch da wieder eben arbeiten wir zusammen mit den anderen Systemen. Und so wird es wahrscheinlich auch in anderen europäischen Ländern irgendwann in der Zukunft gehen. Wir müssen eine Basis schaffen, wo wir gemeinschaftlich vorgehen können. Und darum ist das auch das Thema meines heutigen Vortrages. Ich persönlich blicke auf 40 Jahre Forschen, Praxis und Lehren von Ayurveda zurück. Und ich habe mal ganz kurz die Essenz aufgeschrieben, die wichtig ist, wie wir Ayurveda im Westen oder eben auch allgemein in der modernen Gesellschaft unterbringen können. Ich habe ja auch selber eine persönliche Geschichte, dass ich lange in Indien auch in einem Ashram gelebt habe und auch meine brahmanischen Weihen erhalten habe. Das heißt, ich war auch oder bin eigentlich immer noch ein vedischer Priester. Wie ich dann zu Ayurveda gegangen bin und musste ich natürlich gewisse Kompromisse eingehen. Das heißt, ich habe das Kleid eines Priesters oder Missionars abgelegt, um Ayurveda zu praktizieren. Das heißt, wir haben ja Patienten aus allen Gesellschaftsschichten. Ich persönlich habe viele Patienten aus nicht christlichen Ländern, nicht europäischen Ländern. Das heißt, es kommen mehr und mehr Leute aus der Golfregion auch zu Ayurveda. Es kommen mehr und mehr Leute aus anderen arabischen, auch islamischen Staaten, die Ayurveda entdeckt haben. Und so eben geht es darum, dass, wenn ich eine ayurvedische Diagnose stelle und die Anamnese anhöre von einem Patienten, dann geht es nicht an, dass ich das mit meiner persönlichen Wertvorstellung definiere, sondern ich muss das im Licht der ayurvedischen Arbeitsmodelle sehen. Das heißt, ich kann nicht jetzt direkt in diesem Zusammenhang Ayurveda nutzen, um meine persönlichen Ideale weiterzugeben, weil diese persönlichen Ideale sind ja was sehr Persönliches und sind nicht unbedingt das, was mein Patient von mir wünscht. Es kommt jemand zu mir und ich muss ja in eineinhalb Stunden Zeit, die mir zur Verfügung steht, bei einer Erstkonsultation eine Beurteilung machen können von der Grundkonstitution, der körperlichen Grundkonstitution, der charakterlichen Grundkonstitution und mit diesem Bild der Konstitution des Individuums, das vor mir sitzt, eine Beurteilung vornehmen. Und das Gleiche eben auch in der Therapeutik muss ich nicht eben mit einem Bild meiner eigenen Moraltheologie hineingehen und diese in die Therapie mit einbinden. Aber was ich sehr wohl machen kann als Ayurveda-Arzt, und das wird auch wahrgenommen von den Leuten, die zu uns kommen, wir haben quasi die Aufgabe wie ein Role Model. Das heißt, die Leute schauen schon genau, wenn sie zum Hausarzt gehen und der Hausarzt geht schnell raus und raucht einfach Zigaretten, dann wird das akzeptiert. Aber wenn jemand zu einem Ganzheitsmediziner kommt und zwischendurch raucht er eine Zigarette oder geht noch schnell eins trinken, dann geht das natürlich nicht. Das heißt, diese Werte, die kann ich ja vermitteln über quasi im Sinne, dass ich selber ein Role Model bin. Und das wird auch sehr geschätzt, weil eben es ist dann nicht ein direktes Eingreifen in die persönlichen, ideellen oder Bewusstseinsstrukturen, weil jeder Mensch in dieser Welt ist ja an einem anderen Ort auf seiner Reise zu sich selber. Und wenn ich ein bestimmtes Konzept ihm aufpflanze, dann wird das nicht unbedingt zielführend sein, sondern kann genau das Gegenteil bewirken. Und das ist eben sehr wichtig, dass wir das wahrnehmen, weil sonst wird es sehr schwierig bis fast unmöglich sein, in einer modernen Gesellschaft Ayurveda offiziell anerkennen zu lassen. Weil wir kriegen dann nicht das grüne Licht. Wir hatten auch im Vorfeld dieser Zulassungsverfahren mit den Regierungsbehörden in der Schweiz Leute, die versucht haben, wieder mal den alten Trick, nämlich Ayurveda in die Sektenecke zu schieben. Und wir hatten ja einige Leute in diesem Vorstand, die von Maharishi Ayurveda gekommen sind. Und dann hat man das als Anlass genommen, um hier massiv in der Presse sehr weit gestreut, das sehr polemisch vorzugehen, was natürlich völliger Nonsens ist. Ich selber habe ja 25 Jahre in Indien gelebt und viele Jahre davon in Bangalore. Und in Bangalore haben wir 300 christliche Missionen und die haben meist Waisenhäuser und Krankenhäuser. Und niemand käme auf die Idee, nur weil eben ein Krankenhaus gegründet wurde von ein paar Missionaren, dass dort schlechte Medizin gemacht wird. Aber wenn das die Ayurveda-Leute nutzen, Ayurveda nutzen quasi auch als Missionsgrundsatz, dann kann das sofort benutzt werden für Anfeindungen von Gesellschaftsteilen, die eben überhaupt kein Interesse haben, dass eine Ganzheitsmedizin wie Ayurveda jemals eine offizielle staatliche Anerkennung hat. Und ohne diese Anerkennung werden wir auch nicht von den Krankenkassen anerkannt werden. Und deshalb ist es wichtig eben, dass diese drei Punkte, die ich aufgeschrieben habe, dass ich sowohl meine eigenen Werte habe und die auch lebe und die auch vertrete nach außen. Aber wenn ich eine Diagnose stelle oder eine Behandlung mache, dann bleiben die außen vor und kommen einfach rein mit meiner Person. Und wenn die Leute ja dann zufrieden sind mit der Ayurveda-Therapie, dem Erfolg, den sie bringt, dann sind sie sofort interessiert und sagen, ja, da möchte ich eigentlich mehr davon haben. Und dann können diese Menschen sicher auch Schritt für Schritt dort ihr Bewusstsein weiterentwickeln. Ungeachtet von diesem Fakt mache ich aber auch einen Schritt weiter in der Entwicklung der Ayurveda in Europa. Ich denke, wir sind jetzt so weit, dass wir etwas weiter gehen müssen, denn nur mit Vata, Pitta und Kapha kann ich Ayurveda-Medizin nicht erklären. Das wäre nicht ganzheitlich, weil Vata, Pitta und Kapha sind ja die elementaren Energien, die aufgrund der Mahabhutas, der fünf Elemente, entstehen. Sie wirken auf der Ebene der Physiologie. Sie wirken sicher auch auf der Ebene der Neurophysiologie. Aber sie erklären natürlich das Menschsein als Ganzes nicht. Und deshalb eben ist es an der Zeit, die psychische Konstitution auch mitzunehmen in die Diagnose. Bisher haben alle Ratgeberbücher die ganze psychologische Konstitution in die Vata, Pitta, Kapha mit hineinfließen lassen, was natürlich zu massiven Fehlerquoten geführt hat. Ein Beispiel eben, es kommt jemand zu mir, der anatomisch-physiologisch eindeutig Pitta, Kapha ist. Man sieht das Erde-Element, man sieht das Feuerelement. Und diese Person ist aufgrund der Bücher oder der Tests in Zeitschriften zu der Überzeugung gekommen, ich bin ein Vata-Typ, weil ich bin ja ständig, mein Geist ist sehr aktiv und ich bringe nicht so viele Sachen zu Ende. Und deshalb eben ist eine Falschdiagnose da, wenn ich jetzt diesem Menschen mit einer Pitta-Kafer-Konstitution auf der körperlichen Ebene eine Vata-regulierende Ernährung verschreiben würde, dann wird diese Person in einem Monat fünf Kilo zunehmen und das nächste Mal, wenn sie zu mir kommt, dann werde ich ziemlich einen frustrierten Kunden vor mir sitzen haben, weil man hat ja zugenommen oder man hat die schwere Nahrung nicht vertragen, weil wenn ich ja Vata reduzieren will, muss ich schwere, deftige Nahrungsmittel verschreiben, hingegen eben, weil die Person eine Pitta-Kafer-Konstitution hat, würde das nicht gut gehen. Das heißt, wir müssen differenzieren zwischen der körperlichen Konstitution und ich nenne es mittlerweile sogar der Charakter-Konstitution. Wir reden ja auch in der Psychologie heute von Epigenetik. Man redet davon, dass gewisse Charaktereigenschaften ja sehr offensichtlich schon in einem Säuglingalter vorhanden sind und diese Eigenschaften halt vererbt sind von unseren Vorfahren und von den Umweltzuständen unserer Vorfahren. In Ayurveda gehen wir natürlich ein Stück weiter und sagen, das sind Eigenschaften, die wir mitgenommen haben aus unserem vergangenen Leben, weil die ja in Beziehung zum feinstofflichen Körper stehen. Nichtsdestotrotz, das Resultat ist das Gleiche. Wir haben eine Charakter-Konstitution. Und diese Charakter-Konstitution kann bewertet werden auf der Ebene von Sattva, Rajas und Tamas. Das heißt, ich kann jemanden haben, der sehr obese ist, etwas erdig, übergewichtig, aber extrem viel Rajas auf der Charakter-Ebene hat, von Natur aus und immer schon hat. Und dann, wenn ich sage, das hat mit Vata zu tun, dann mache ich eigentlich strikte genommen schon einen Fehler in der Diagnostik und erst recht in der Therapeutik. Das heißt, wir müssen einen Schritt weiter gehen und ich denke, wir sind so weit in Europa, dass wir jetzt eben auch in die psychische Konstitution Manasa-Prakriti hineingehen können und damit eine viel treffendere Diagnostik und entsprechend auch eine Therapeutik möglich wird. Und ich sehe das jeden Tag in meiner Praxis, weil wenn ich einen Befund erstellt habe, erkläre ich das meinen Patienten, dann sage ich, sie haben eine Vata-Pitta-Konstitution, das ist Wind und Feuer und das sind die Eigenschaften ihrer Physiologie und Anatomie und sie haben einen Charakter, den ich dann anhand von Rajas und Satwa und Tamas erkläre. Und wenn der Patient einverstanden ist und sagt eben, dann frage ich, sehen Sie sich in diesen Bildern etwa oder haben Sie eine andere Meinung von sich selber und in sicher 90% der Fälle ist der Patient völlig überrascht und sagt, wie können Sie in einer halben Stunde meinen Charakter so definieren? Das ist es haargenau, genau so fühle ich mich, genau so ist meine Persönlichkeit und genau so sind meine körperliche Funktionen. Und deshalb habe ich mir die Mühe gemacht, eben den nächsten Schritt zu machen und ein neues Buch zu schreiben, das diesen Herbst dann in den Buchmarkt kommt. Ich habe die psychischen Konstitutionen, da haben wir 17 Bilder in der klassischen Literatur, beim Körper haben wir sieben, also es wird sehr komplex und ich habe es soweit etwas vereinfacht, verantwortbar aus meiner Sicht, dass ich auch sieben Charaktertypen habe gegenüber sieben körperlichen Konstitutionstypen. und eben das einfach jetzt aus meiner Praxis heraus, ich habe mir auch die Mühe gemacht, bei diesem Buch nicht in den Klassikern nachzulesen, sondern alles nur niederzuschreiben, was ich jeden Tag in meiner Praxis mache und so kann man davon ausgehen, kann ich davon ausgehen, dass das eben entsprechend der Möglichkeiten sind, die uns Ayurveda bietet und auch der Titel, da haben wir noch eine Debatte mit meinem Verleger, der wird ein bisschen anders sein, aber ich wollte unbedingt diesen Lebensfluss gestalten, das heißt, dass Ayurveda mir eine Möglichkeit gibt, mein Leben optimal zu gestalten, entsprechend meiner eigenen körperlichen Konstitution und meiner eigenen psychischen Konstitution und was da für ein Potenzial für sie auf einmal vorhanden ist, das ist natürlich phänomenal, weil es ist ja oft so, man hat Charakterzüge, die man das ganze Leben bekämpft, weil man denkt, man muss in ein Schema passen und dann irgendwann mit 70 finden sie raus, das war das ganze Leben eigentlich ihr Charakter und sie haben immer gegen diese Windmühlen gekämpft, anstatt sie zu nutzen. Sie haben etwas als Belastung gesehen, was eigentlich ein großes Geschenk ist und so haben sie die großartigen Fähigkeiten, die ihnen ihre Konstitution, ihr Leben, ihr Schicksal mitgegeben hat, gar nie genutzt, sondern immer dagegen angekämpft. Also hier ist ein wunderbares Instrument und natürlich mit diesen feinstofflichen Energien Sattva, Rajas und Tamas, die wir anhand von Modellen wie Shankya-Philosophie erklären müssen, sprich Vedanta und Shankya, geht nicht anders, das kann ich Sattva, Rajas und Tamas nicht erklären, gibt uns natürlich auch wieder ein Fuß in der Türe, um genauer erklären zu können, wie das menschliche Bewusstsein funktioniert und da eben auch wieder relativ werteneutral das vermitteln können. Und so, auf diese Art und Weise ist es eben möglich, Menschen zu helfen, ohne dass ich in ihr persönliches, religiöses Verständnis eingreife. Im Gegenteil, ich gebe ihnen ein Instrument in der Hand, wo sie dieses eigene religiöse Verständnis noch entwickeln können und dann ist es ihre eigene Entwicklung, dann ist es nicht etwas aufgesetzt. Und es ist oft so, wenn wir etwas übergestülpt bekommen, sobald wir in Schwierigkeiten geraten in unserem Leben, sagen wir, ah, das hat der Riener mir gesagt, das ist eh gut für nichts, aber hingegen, wenn man selber etwas entwickelt hat, dann kann man sagen, dann steht man dazu und nicht bei der ersten Schwierigkeit, die man hat, wirft man das wieder über den Haufen. Zum Medizin von Ayurveda, kurz ein Blick in die Historie. In jeder Gesellschaft finden sich medizinische Konzepte, das heißt, seit es Menschen gibt, gibt es medizinische Konzepte. In der Ayurveda geht man ja sogar so weit, dass man sagt, man hat gewisses Wissen, das hier nicht vorhanden war oder nicht mehr vorhanden war, in anderen Dimensionen oder auf anderen Planetensystemen sich geholt. Die Hasbati ging nach Indraloka und hat sich dort einiges abgeholt oder wir haben auch zeitgenössische spirituelle Lehrer, die auch solche Reisen gemacht haben und uns das gebracht haben und traditionell haben wir in der Ayurveda oder eben in den vedischen Schulen halt zwei große Lager. Wir haben das Lager der Vertreter von Schrutti, Revealed Knowledge, sagt man. Das sind eben die Pandits. Wir hatten die Diskussion, Markus Ludwig und ich, beim letzten Symposium in Bierstein, wo wir zusammengesessen sind mit einem der Aschdiavaiders und eben die Leute, die eben aus der Erfahrungsmedizin kommen, aus der Smriti-Tradition, die vertragen sich traditionellerweise nicht sehr oder sie werden nicht wirklich akzeptiert von der anderen Seite, anstatt eben, dass man ein Amalgan macht. Dieses Amalgan dieser beiden Schulen finden wir eigentlich in Ayurveda, obwohl es immer wieder versucht wird, die eine Schule gegen die andere auszuspielen. Das heißt, Wissen, das von oben vermittelt wird und dieses Wissen muss möglichst rein vermittelt werden, ohne es zu verwässern oder ohne eben es anzupassen, entsprechend Zeit, Platz und Lebensumständen einer modernen Gesellschaft. Und die andere Schule eben, die geht sehr pragmatisch vor, die bringt neue Strömungen mit hinein. War ja auch die Diskussion gestern, eben neue Strömung. Wir haben Kunden, die wünschen ein veganes Pancha-Karma und dann können wir nicht sagen, tut uns leid, da müssen Sie zu TCM gehen oder zu woanders hin. Bei uns gibt es das nicht, sondern eben die eine Schule, die ihre eigenen Erfahrungen macht und das mit einbringt. Und dieses Zusammenspiel dieser beiden Seiten, einerseits Erfahrungsmedizin, die angepasst wird, entsprechend den Traditionen. Wir müssen nur mal eben schauen, wie ein Ayurveda-Arzt vorgeht in Bengalen, in Kalkutta und wie einer vorgeht in Punjab und wie einer vorgeht in Kanyakumari-Distrikt. Dann haben wir drei völlig verschiedene abweichende Erfahrungsmedizinen und auch verschiedene Medikamente. Und wir haben eben halt andererseits auch die Essenz, sprich die Arbeitsmodelle, die Arbeitshypothesen, die halt dann wieder eher von der Schrutti-Seite kommen. Also hier ist eben dieses Zusammenspiel und Zusammengehen der verschiedenen Traditionen notwendig. Wir sind ja mittlerweile ebenso weit, dass wir eine eigene Tradition in Europa haben, von der mittlerweile eben auch unsere Kollegen in Indien profitieren, vor allem in ihrer Arbeit in der modernen Gesellschaft. Wir haben ja ein Projekt, wo wir versuchen, auch indische junge Ärzte nach Europa zu bringen und hier der Klientel, die wir in Mitteleuropa haben, ausgesetzt sind. Und damit, wenn sie zurückgehen nach Indien, haben sie schon einen ganz anderen Status. In Indien nennt man das Foreign Returned. Das heißt, er hat auf einmal eine höhere Mittelschicht oder Oberschicht, die dann ihn besuchen gehen, weil er war ja schließlich in London für so viele Jahre oder in Deutschland hat hier gearbeitet. Und so können wir auch dem gesellschaftlichen Aspekt des modernen urbanen Indiens, das ja extrem dynamisch ist, auch gerecht werden. Dann die Multidimensionalität versus dem Modellzwang. Das möchte ich vor allem eben dieses Anliegen vorbringen, warum Ayurveda nicht integrierbar ist in das Konzept der Allopathie, sprich der modernen Medizin. Es wird immer hinken, weil eben Ayurveda ein multidimensionales Konzept ist und es passt nicht in die lineare Ursachen-Wirkungs-Denkweise der europäischen Naturwissenschaft. Die geht ja davon aus, dass wir eine Ansammlung von Zellen sind und so wie ein technisches Gerät, wenn ein paar Zellen nicht mehr funktionieren, dann können sie repariert werden. Und um das zu ermöglichen, isoliert man das akute Ereignis aus dem vernetzten biologischen Zusammenhang und ersetzt die Wirklichkeit mit irgendwelchen Modellen. Modellen eben eine bestimmte Krankheit, Differenzialdiagnostik, die hat die und die Symptome und da wird dann jemand hineingezwängt, aber die meisten Menschen passen normalerweise da nicht hinein und dann heißt es halt, das ist jetzt eine untypische Rheumatoide Arthritis, weil es nicht ins Modell passt. Die Ärzte müssen nach dem Modell arbeiten, sie werden gezwungen dazu, so viel Milligramm Cortison pro Körpergewicht und dieses lineare Denken lässt dann eben nicht zu, dass so viele Menschen geheilt werden können. Normalerweise nimmt man halt, wenn es nicht mehr reinpasst, sagt man, ja das ist jetzt halt, da müssen wir noch ein bisschen Antidepressiva verschreiben und dann wird es schon funktionieren, weil eben es ist ja nicht organisch, das Beschwerden, es passt nicht in unsere Modelle und deshalb eben vor allem bei chronischen Beschwerden ist die moderne Akutmedizin alles andere als erfolgreich. Wir wollen nicht in Abrede stellen, dass wir wunderbare Fortschritte gemacht haben in der Akutmedizin, aber bei chronischen Krankheiten und die chronischen Krankheiten werden ja immer mehr, vor allem auch demografisch, weil immer mehr ältere Leute sind in unserer Gesellschaft und das bringt mit sich, dass diese Menschen auch mehr chronische Krankheiten haben und die sind mit akutmedizinischen Maßnahmen sind sie entweder nicht zufriedenstellend behandelbar oder sie sind zum Teil überhaupt nicht behandelbar, weil es könnte genau das Gegenteil eintreten bei der konventionellen Behandlung. Das heißt, genau das ist unsere Stärke, diese Multidimensionalität und sie ermöglicht es weder Erfolge bei chronischen und eben diesen funktionellen, wenn man nicht weiter weiß, das ist eine funktionelle Störung, da helfen meine Medikamente halt nicht. Das heißt eben bei diesen funktionellen Störungen auch mehr und mehr bei den allergischen und psychosomatischen Fällen, da haben wir entsprechende Erfolge, wobei mittlerweile ja auch als Krebs, als chronische Erkrankung angesehen wird und deshalb man mit akutmedizinischen Maßnahmen wohl kurzfristig Einhalt gebieten kann, aber man kann nicht ausschließen, dass unter Umständen schon sehr bald wieder Metastasen auftreten. Und eben dieser Unterschied ist lineare, kausale Denken, die aus der Naturwissenschaft im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert entstanden ist, hat man große Erfolge gefeiert in Infektionskrankheiten, in chirurgisch behandelnden, behandelbaren Krankheiten, aber eben das Thema heute sind chronische Erkrankungen und da helfen diese Systeme nicht. Und das ist unsere Stärke und deshalb wollen wir diese Stärke nicht aufgeben. Man wirft uns immer wieder vor, ja, Sie müssen Forschung betreiben und dann beweisen mittels Forschung, dass Sie auch diese oder jene Beschwerden behandeln, bar sind. Aber diese Modelle, die eben vorhanden sind in der modernen Forschung, da sind eben nicht multidimensional, sie sind schon wieder linear, kausal und deshalb kann höchstens ein kleiner Teil der behandelbaren Möglichkeiten, die Ayurveda aufzuzeigen hat, eben gezeigt werden. Und natürlich eben kann man sagen, jetzt schmieren wir etwas ayurvedisches Öl auf das Knie anstatt konventionelle Maßnahmen, Arthroskopie und andere Maßnahmen, die normalerweise gemacht werden und sicher wird Ayurveda Erfolg zeigen dabei, wie eben auch präsente Studien da sind. Und dann eben, dies ist aber nur ein Teilresultat, wir können noch viel mehr machen. Warum sollen wir nur das Knie behandeln, wenn dieser Mensch noch viele andere Leiden hat, auch auf der psychischen, emotionalen Ebene. Und deshalb ist das dann quasi nur ein scheibchenweiser Erfolg. Wir müssen auch dort in der Forschung halt multidimensionale Konzepte entwickeln, die eben sowohl die psychische Konstitution, die Atman, die das Nichtmaterielle in unserer Existenz mit einbeziehen. Und nur dann eben ist es möglich, eine ganzheitliche Forschung zu machen. Und mit Forschung ist es natürlich auch so, dass alles, was dann nicht dem entspricht, was man sich erwartet, verschwindet ja sowieso in der Schublade. Und sie haben genauso viele Forschungsergebnisse, die das eine belegen, wie das andere. Und da gibt es auch Homöopathie, ist ein wunderbares Beispiel. Alle paar Monate geht es durch die Presse, wie absolut unnütz Homöopathie ist. Und jeden Tag strömen mehr Patienten in die Praxen von Homöopathen. Warum? Eben, weil sie Erfolg haben mit dieser angeblich wissenschaftlich, naturwissenschaftlich völlig unfundierten Methode. Es gibt ja eben ein Herr in der Schweiz, der solche Artikel schreibt, der behauptet, Homöopathie ist wie wenn sie in Graubünden, in der Quelle vom Rhein, ein Glas Rotwein reinschütten und in Rotterdam nehmen sie es raus und sie haben immer noch den Rotwein. Weil es ja dann millionenfach verdünnt ist. Da spielt es natürlich nicht, aber eben, das ist ein Beispiel, wie eben eine Kontroverse tobt für so viele Jahre und so viel ist investiert worden in Forschung von Seiten der Homöopathie und die andere Seite forscht auch munter weiter und am Schluss eben kann jeder die Ergebnisse vorzeigen, die er gerne hat und man kommt nicht wirklich weiter. Aber der Homöopath oder eben der Ayurveda-Arzt in seiner Praxis, der kann sehr wohl weiterkommen und seine Patienten entsprechend erfolgreich behandelt. Meiner Meinung nach eben wird Forschung meistens vorgeschoben, einfach damit die entsprechenden Leute ihren Besitzstand erwahren können. und das ist auch das große Problem, dass wir eben, wurde angesprochen von Ihnen, eben das Zitat von Nietzsche, eben man wird ignoriert zuerst, aber nachher wird man auch bekämpft und diese Bekämpfung eben nützt dann eben die Forschung sehr wenig. Das heißt, die Bekämpfung muss woanders stattfinden, nämlich Grassroot Level auf der Ebene von erfolgreich behandelten vielen, vielen Menschen, wie viele Menschen eben haben dank Yoga schon ein viel mehr Lebensqualität erhalten können, unbestreitbar. Und diese Menge, die eben dieses Erlebnis hatte und die Menge der Leute, die ein positives Gesundheitserlebnis mit Ayurveda hatten, das ist der wahre Wert. Das ist das, was Ayurveda und Yoga auch weiterbringen wird. Und es gibt natürlich auch Denkmodelle in der Medizin, die lange vernachlässigt wurden, beispielsweise eben führe ich an das Denkmodell, wie zum Beispiel die ganzheitsbiologische Medizin oder als Gemeinschaftsmedizin eben wären eben zielführender, das heißt, was wir in der Ayurveda nicht wollen. Wir wollen nicht in die Ecke von Alternativmedizin geschoben werden. Wir wollen auch nicht komplementär medizinisch arbeiten. Das heißt eben, wir dürfen ein bisschen beitragen zur Primärtherapie. Und vielleicht klopft uns dann jemand ein bisschen auf die Schulter. Ihr habt auch noch ein bisschen beigetragen bei unseren Patienten. Und eben alternativ, ja, ist mittlerweile eben auch nicht unbedingt erwünschenswert, weil es auch negativ belastet ist und schon gar nicht integrative Medizin. Integrative Medizin heißt, wir schlucken alles und machen eben ein Rasa-Basa, sagt man in der Philosophie draus, oder ein Masala, denn letztlich niemandem mehr schmeckt daraus, ein bisschen von allem nehmen wir auf. Und darum müssen wir darauf bestehen, dass wir als Ayurveda eine gemeinschaftliche Medizin anstreben. Das heißt, wir wollen gemeinschaftlich mit anderen Systemen arbeiten, zum Wohl des einzelnen Patienten, aber auch zum Wohl der Gesellschaft und dabei eben müssen wir nicht unsere Arbeitsmodelle aufgeben, weil wenn eben gewisse moderne Forschungsergebnisse integriert werden in die integrative Medizin, dann braucht es ja nicht mehr die ayurvedische Arbeitshypothesen. Es braucht nicht mehr unsere Arbeitsmodelle, weil es kann ja integriert werden. Und ohne diese Arbeitsmodelle, die wir haben, haben wir quasi keine Instrumente mehr, um erfolgreich diagnostizieren, um erfolgreich therapieren zu können. Das heißt, diese Arbeitsmodelle, die wir haben, die müssen unbedingt erhalten werden können und deshalb eben eine eigenständige Medizin. Wir sind bereit, mit allen Systemen und allen anderen Möglichkeiten zusammenzuarbeiten, aber wir sind eben nicht bereit, in den Mainstream, in ein Amalgam aufzugehen, sondern wir müssen uns immer auch individuell behaupten. Und wenn wir eben hier eine Liste haben von möglichen idealen Partnern, aus meiner Sicht, da haben wir auf der modernen medizinischen Seite eigentlich die Vertreter der Humoralpathologie, die wurden ja vertreten seit Hippokrates. Wir haben sie wiedergefunden in der TEN, in der traditionellen europäischen Medizin, die mittlerweile sehr populär ist und auch sehr erfolgreich. Die arbeitet die Humoralpathologie eigentlich auch mit Konstitutionsbildern, auch mit den Elementen und diese Humoralpathologie wurde auch übernommen von einigen Medizinern in der Regulationsmedizin. Auch diese Regulationsmediziner haben lange an Schattendasein geführt, obwohl es sehr prominente Vertreter gibt, eben mit Professor Pischinger in Wien, der leider verstorben ist, aber Professor Heine hier in Deutschland, in Münster, ist immer noch da und hat auch interessante Literatur dazu geschrieben. Eben dieser ganzheitliche Bezug in der Regulationsmedizin, da haben wir ideale Partner und auch eben diese Experten, vor allem Professor Heine ist voll des Lobs und voll der Unterstützung von Ayurveda-Medizin. Dann haben wir natürlich auch viele Freunde in der tibetischen Medizin, es ist auch so, dass ja tibetische Heilmittel zur Verfügung stehen in verschiedenen Apotheken in Europa, die wir als Ayurveda-Mediziner natürlich auch verschreiben können, da haben wir auch Freude damit. Oder auch Tank-TCM, die natürlich viel größer ist, nur ein Beispiel, ich habe vorher von der Schweiz gesprochen, den Verbänden, TCM, TEN, die sind etwa 50 bis 100 Mal größer in Mitgliederzahl als wir Ayurveda. Es ist ein Wunder, wie eine Handvoll wilder Ayurveda-Leute das eingebracht haben, dass wir Ayurveda mit den TEN und mit den TCM-Leuten eingebracht haben. Also Tank-TCM haben wir sehr viele Pflanzen zur Verfügung in europäischen Apotheken. Sehr viele Pflanzen in der TCM können wir auch aus Ayurveda-Sicht benutzen und verschreiben und unseren Patienten verfügbar machen. Das heißt, das ist ein großer Vorteil für uns. Und dann haben wir eine Medizin, die schon sehr lange hier bei uns in Europa ist, nämlich die anthroposophische Medizin. Und die anthroposophische Medizin hat ja auch einen ganzheitlichen Anspruch und entsprechend eben Möglichkeiten der Zusammenarbeit, die wir pflegen. Dann eben die Homöopathie, auch das ein Konzept, das in der Ayurveda mit beinhaltet ist. Oder auch tantrische, schamanische Traditionen, also Schamanen, Heilerinnen, Heiler. Im Kanton Appenzell, wo ich lebe, da haben wir auch noch traditionelle Heilertraditionen, wo, wenn die Kuh krank ist, dann ruft man nicht den Veterinär an, dann ruft man den Handaufleger an und der kommt und legt die Hand auf die Kuh und dann geht es ihr wieder gut. Also solche Traditionen sind offiziell gefördert in unserem Kanton und auch anerkannt und nicht irgendwie eben an den Rand der Gesellschaft verschoben. Solche Traditionen, will ich damit eben sagen, haben wir ja auch in unserem Kulturkreis. Natürlich ist der größte Teil davon verloren gegangen, weil die Inquisition, die war wirklich sehr erfolgreich, ein berühmter Arzt, der erste Arzt, der ein Werk über Ayurveda geschrieben hat, Garcia da Orta, ein portugiesischer Mediziner, hat an einer spanischen Universität gelernt, gelehrt Medizin und weil er ein zum Christentum konvertierter Jude war in der dritten Generation, war die Inquisition hinter ihm her und er ist dann nach Goa geflüchtet und in Goa war der Leibarzt des Gouverneurs und hat ein riesen Herbarium gehabt und hat das erste Buch über die moderne Medizin, sagt Tropenmedizin geschrieben, aber hat damals eben 47 Heilpflanzen der Ayurveda beschrieben. Schließlich hat es die Inquisition dann auch nach Goa geschafft. Was haben sie gemacht? Sie haben ihn nicht mehr erwischt, weil er ist schon gestorben. Der Garcia da Orta, da haben sie ihn nochmal ausgegraben, in vier Stücke geteilt und verbrannt. Also ziemlich rabiate Methoden, ich wüsste nicht, was mir schon alles passiert wäre, wenn da ein paar Inquisitoren noch umherreisen würden, aber in anderer Form sind sie immer noch da und deshalb ist eben vieles unseres traditionellen Wissens verloren gegangen und deshalb müssen wir in Europa auf Traditionen wie tibetische Medizin, Ayurveda, TCM zurückgreifen, um eben TEN wieder entwickeln zu können. Also eben auch die schamanischen Traditionen, die sind sehr wichtig, die haben wir auch in der Ayurveda, vor allem in den Tantra, also in den vorvedischen Traditionen, auch in der Tarvaveda haben wir zwei Teile, Goora, eben die schamanische Medizin und die analytisch-wissenschaftliche Medizin und dann eben natürlich auch mit der Akutmedizin, wo wir sicher kein Problem haben, auch mit Chirurgie. Ich habe so viele meiner Patienten, die Angst hatten vor chirurgischen Maßnahmen, habe ich schließlich zum Chirurgen gebracht und ihnen erklären können, warum eine Chirurgie aus ayurvedisch, aus ganzheitlicher Sicht notwendig ist und zielführend ist. Das heißt nicht, dass wir das Strikte ablehnen, das heißt, wir müssen alles tun, letztlich was dem Patienten dient und nicht, was meinem eigenen Dogma-Verständnis dient. Dann denke ich, haben wir mehr Freunde unter den Molekularbiologen als unter den Medizinern. Vor allem die forschende Molekularbiologie, die kommt wieder sehr nah. Vielleicht kennen Sie das Buch von Dr. Koi, die neue Krebsernährung. Und wenn Sie diese Krebsernährung nach Dr. Koi mal anschauen, dann haben Sie eine Anti-Kaffa-Ernährung. Und ein Tumorgeschehen hat natürlich mit Kaffa-Dosha zu tun. Und er eben vermittelt ja, dass möglichst wenige Kohlehydrate gegessen werden sollen bei einem Krebsgeschehen, um den Tumor nicht extra zu nähern. Machen wir in Ayurveda schon lange, eben, dass wenn ein Tumorgeschehen da ist, dann muss ich natürlich entsprechend der Konstitution eine Pitta-Kaffa oder eine Vata-Kaffa oder eine reine Kaffa-Ernährung fahren. Auch Physiker, Philosophen und natürlich eben die Psychologie, die klinische Psychologie vor allem, das sind alles ideale Partner für eine gemeinschaftliche Medizin. Zum Wohle aller. Gut, damit bin ich am Ende meines Referates. Ich will nur noch kurz hinweisen. Wir haben dank der Organisation von Yoga wieder auch die Möglichkeit gehabt, unser Treffen unseres Verbandes hier zu halten. Und auch in der Vergangenheit, in den anderen Treffen, die wir hatten, wurde Hatschukadev immer wieder darauf angesprochen. Wir müssten zusammenarbeiten, die verschiedenen Ayurveda-Organisationen. Und wir haben hier eben einen unabhängigen Verband für alle Ayurveda-Berufsleute. Unabhängig, was meine ich damit? Das heißt, dass die Ayurveda-Berufsleute das Sagen haben sollen in einem Verband und dass nicht irgendwelche ausgeschlossen werden. Das heißt, vom Ayurveda-Koch bis zum Ayurveda-Therapeuten bis zum Ayurveda-Arzt. Und das ist die Idee eines sehr kleinen noch Verbandes. Das heißt aber, der Samen ist gesät, dass mittels auch dieses Verbandes möglich wird oder möglicher wird, dass wir eine gemeinschaftliche Basis finden für ein gemeinschaftliches Vorgehen, für eine gemeinschaftliche Medizin, für die Gesellschaft das Ganzes. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Und ich wünsche Ihnen Gesundheit und Freude und Erfüllung in Ihrem spirituellen Selbst. Danke. Applaus